Ich komme! Ich komme! Oh, Lucy! Unsere Kanonen popst. Meine letzte Prüfung! Alles gut! Alles gut! Oh, Lucy! Oh, das ist dein Thron, liebe Lucy. Oh, das tut mir so leid, ich kann das nicht. Du musst dich gar nicht für irgendwas entschuldigen, denn du hast das alles verdient. Lucy, Eure Majestät, Franzinia I. Ihre Hoheit und Daylight, Lucy Ludmilla, der rote Blitz, Franzinia I. Nimmst du diese Krone und dieses Zepter an? Die nehme ich so dankend an. Ich danke euch allen lieben Zuschauer, dass ihr mir diesen Zepter anvertraut habt. Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen. Tarzania wird sich um diesen wunderbaren Dschungel weiterhin so liebevoll drum kümmern. Ja. Ja. Ja.